Tja und ich darf da ein letztes Mal, nicht ganz das letzte Mal für heute unseren lieben Lars Germann zitieren. Sowas habe auch ich noch nicht erlebt. Die Halle tobt und dieser junge Mann, der Sohn des Unoire du Soir, Pereclest, Stradivari, Vollkorn, kommt mit einem Zehnerschritt herein. Das ist Weltklasse, meine Damen und Herren. Und deshalb kriegt der Züchter das Haus Weippert nochmal einen Riesenapplaus. Wir alle sind stolz auf diesen Hengst. Ich in ganz besonderer Weise, denn auch er hat nochmal einen Sonderapplaus verdient. Der liebe Herr Weippert kommt ja aus meiner Heimat, aus dem schönen Schwabenland. Das macht mich noch eine Spur stolzer, bei dieser Wahl des Siegerhengstes dabei gewesen zu sein. Aber vor allen Dingen der junge Mann, der ihn so fantastisch präsentiert hat. Sebastian Horler, auch aus dem Lande. Er ist zum ersten Mal hier bei uns Trakenern. Das Einzige, was man auch lernen muss, ist, dass man Turnschuhe in Preußisch schwarz-weiß trägt. Aber das tut seiner Laufleistung keinen Abbruch. Meine Damen und Herren, ich möchte das nicht alles nochmal niederbeten. Sie haben es studiert, diesen fantastischen Stamm. Ein junger Hengst am Beginn seiner Karriere. Und ich möchte einmal mutmaßen, und da dürfen Sie mich gerne beim Wort nehmen, der nicht nur in entscheidender Weise die Trakener-Population nach vorne bringen wird. Ich meine, dem auch eine großartige Zukunft in allen anderen deutschen Zuchtgebieten bevorsteht. Ich bin gespannt und freue mich auf das erste Gebot. Bei 15 sollen wir eigentlich starten. Aber ich bin gespannt, wer mir die erste Zahl jetzt zuruft. Wer gönnt sich, da habe ich sie schon, 50.000. 50.000 Euro sind geboten, 60.000, 70.000, 80.000, 90.000 habe ich hier. 90.000, 100.000 hier am Telefon. 100.000 Euro sind gehalten, 100.000 hier habe ich hier. Und 100.000 Euro sind gehalten, hier zum 1. und 2. und 100.000, 120.000 habe ich hier. Und 120.000 sind gehalten. Und 120.000, können wir doch einmal, 130.000 habe ich jetzt hier am Telefon. Und 130.000 Euro sind gehalten. Und 130.000 Euro habe ich einmal. Und 130.000 sind gehalten. Und 130.000 habe ich hier zum 1. und 150.000, danke schön. Und 150.000 habe ich hier. Und 150.000, was haben wir hier noch zu bieten? Und 150.000, danke schön. Und 150.000, darf ich den Herrn da drüben nochmal ansprechen? Und 150.000 habe ich zum 1. und 160.000 habe ich hier gehalten. Und 160.000, danke schön. Und 160.000 hier gehalten. Und 160.000 habe ich hier zum 1. und 2. und 180.000 hinter mir. Und 180.000 habe ich hier. Und 200.000 habe ich dort. Und 200.000 habe ich. So, Sebastian, das dauert noch. Geh weiter im Schritt. 200.000 habe ich. Und 200.000 Euro sind gehalten. Und 200.000 Euro habe ich. Und zum 1. und 2. und 2. und zum. Und 250.000 habe ich hier. Und 220.000 sind gehalten. Und 220.000 Euro sind es. Und 220.000 habe ich hier. Und 230.000 habe ich dort. Und 230.000 sind gehalten. Und 230.000 habe ich, danke schön. Und 230.000 gegenüber. Und 230.000 habe ich. Und zum 1. und anderen. Und zum 2. und zum 250.000 habe ich hier. Und 250.000. Einmal im Trabe. Sebastian, jetzt geht's los. 250.000 habe ich. Sebastian, einmal im Trabe. Wir wollen ihn nochmal genießen. 250.000, mein Freund. 250.000 Euro sind gehalten. Zum Ersten. Von Anderen. Und Zweiten. Ihr dürft ruhig, ihr dürft. 250.000 habe ich. Und jetzt einen entscheidenden Schritt. Und 250.000 Euro sind gehalten. Und zum Ersten. Und Anderen. Und Zweiten. Und Zum. 270.000 neuer Mann. 270.000 hier. Und 270.000 sind gehalten. Ihr seid mir zu leise, Herrschaften. Ich rufe Skandinavien noch einmal. 270.000 habe ich. Zum Ersten. Oder Anderen. Und Zweiten. Und zum. Wollen wir noch einen kleinen Schritt gemeinsam gehen. Wir sind schon so viele zusammengegangen. 270.000 habe ich. Zum Ersten. Anderen. Und Zweiten. Und zum. Keiner besser. Geht alle nochmal in euch. Und nehmt dieses Bild in euch auf. Sebastian. Sebastian, zum Ersten. Und zum Ersten. Und zum Ersten. Und zum Ersten. Und zum Ersten. Wir wollen dich jedes Jahr mit einer solchen Qualität hier sehen. 270.000 habe ich. Einmal. Zweimal. Und zum. Keiner besser. Aller. Aller. Letzten. 270.000. Meine Damen und Herren. Ein großer Pferdemann aus dem österreichischen. der Einmal unsere ganze große Anerkennung bekommt. An das Haus Gasser. Dankeschön. Sebastian. Deine Runde. Feier den. Danke. . Dankeschön. Dankeschön. Meine Damen und Herren, wir sind in Wallung, in der richtigen Stimmung, für einen großartigen Hängen.